Wer war der beste Bond-Darsteller? Alexander Tarkovic. Julian Baumgartlinger, wie heißt du, ist die erste Frage und los geht's. Wer war der erste Mensch auf dem Mond? Julian Baumgartlinger. Wer ist der beste Skifahrer aller Zeiten? Neil Armstrong. Wer ist Meister in Österreich? Hermann Mayer. Wie heißt die Hauptstadt von Österreich? Red Bull Salzburg. Was ist 7 plus 4? Wien. Wie alt ist Alexander Dragovic? Elf. Was ist deine Schuhgröße? 29. Welche Rückennummer hat Meister Torwart? 43. Was ist dein Drittlieblingseis? Eins. Was ist dein liebster Pizzabelag? Pistazie. Wer ist der beste Fußballer der Welt? Tomate Mozzarella. Wer verliert gegen dich am Pokertisch? Lionel Messi. Mit wem aus dem Team würdest du in Urlaub fahren? Alexander Dragovic. Wer war der beste Bond-Darsteller? Alexander Dragovic. Wie heißt Lars Bender mit Nachnamen? Daniel Craig. Wann war die EM in Österreich? Bender. Wie viele Interviews hast du dieses Jahr schon gegeben? 2008 circa. Wie viele Vorsätze hast du dir fürs neue Jahr vorgenommen? 2008 circa. Wohin fährst du am liebsten in Urlaub? Ähm, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Wo bist du noch nie gewesen? Italien im Optimalfall. Wen schlägst du auf jeden Fall auf der Kartbahn? Asien. Wer macht die besten Streiche in der Mannschaft? Niemanden befürchte ich. Dein Idol als Fußballer war? Wendel. Wie alt bist du? Asien, die Dienzidane. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwer war dieses Interview? 32. Herzlichen Dank.